Willkommen zum Ragnarok Online 2. Ja, es ist frisch erschienen von Steam. Ich wollte schon gestern zum Spielen, aber da sind die Server abgekackt. Ja, versteht man eigentlich, ne? Weil Ragnarok mal früher mal gespielt habe, spiele ich jetzt das Lied. Das ist Free-to-Play und ja, mal gucken, was uns hier alles erbratet. Aber die Musik ist schön, muss man schon sagen. Wir sind männlich, wir nehmen ein... Dieb hat Attack-Enemy, das Deadly-Quick, Assistant-Light-Skill, Light-Armor oder Smooth, Medi-Decker, so sehr scheiß auf Weapon. Ja, ein bisschen schlecht. Ja. Hm. Spottman, ja. Magier, naa. Schütze. Acolyte. Nee, Seath. Shops, äh... Chef, Alchemist, Blacksmith. Blacksmith? Äh, Blacksmith ist, äh, Smeet. Also, der Schmiede. Das ist da... Muss ich mal mal gucken. Ja. Ja, ich muss ein bisschen ruhig sein, also, das ist schon nice. Na, Roten Augen. Roten Augen sind immer ganz gut. Weiß. Holger, Roten Augen der Freude. Schönen-, Schönen-Skollern- Reads. Chönen, Schönen-Reads, Schönen-Reads. Reads, Schönen-Reads, Schönen-Reads, Schönen-Reads. Vom. Was? Smeet bei dem? Ein? ... Ein? Ey? Ja. Ja. Bist- Lass-Jern-Ger? Bist- Ich hoffe nicht, dass sie sich selbst abschmieren oder so was. Ja, geht viel. Ich habe keine irgendeine Art und Art und Art und die Mauswild. Genau. Okay. Peace on the continent of Midgard was disrupted by the goddess of destruction, Freya. Numerous heroes of Midgard stood against the demons summoned by Freya. And after a series of cataclysmic battles, Freya was finally sealed in the world of Vanaheim. Three hundred years after the day of destruction known as the day of despair. Children are abducted from all over the kingdom of Rune Midgard's. An investigation discovered the culprit to be the Phrygianity. The followers of the goddess Freya. Yes. Reinhard, the king of Rune Midgard's ordered the Pronteran knights to exterminate the Phrygianity and rescue the children. The knights raid the Phrygianity research facility and battle monsters of the Phrygianity's design. After a difficult battle they succeed in rescuing the children. Zeres Hyperion, the hope of the night age, decides to raise the orphans who have lost their homes. The children possess the power of the heart of Ymir within them. What will they bring upon the continent of Midgard? Yeah. So, Maud. Scheintest, dass man Maud nicht bewegen kann die Kameraeinstellung. Das ist eine kleine Anwendung. Nja. 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 Die Steuerung. So, okay. So, okay. Äh, was ich auch tun? Äh, mit dem DIN-Difordet. Z. Fest, äh, ja, ja. 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 Oh, so viele Spiele, ey. Kein Wunder, das ist sogar wohl ein bisschen glätt. Ach, da haben wir den schon. Okay, wer war das nicht? So, Ripbot, Dean, we are for getting rid of baby problems around the yard. Okay, wir müssen schneiden. Ein paar Gegner besiegen, glaube ich. So. Ey, nicht so viel spawnen, bitte. Kein Wunder, dass die Zöpfer immer abkratzen. Ja, zu spawnen. Okay. Äh, ich möchte weiter. Ich möchte raus hier, bevor das ja alles zu gelenkt. Oh, dieses Camper hier. Ey, ich bin ein Dieb. Lass mich hier durch. Ah, aber es ist viel nicer als früher. Alter, hier ist das schon klar. Das ist mein Gegner. Ja. Oder es war mein Gegner. Ähm, ja. Achtung. Ja. Ja. Achtung. Gut. Äh, wir müssen den Zelen an Wasser losieren. Äh, kann man hier irgendwas einbauen. Äh, haunt's the baby problem for when lost with the street on the road turns to sit. Ja. Ja. Oh Gott, ich hasse das, wenn es blind ist. Ach, muss es weiter nach vorne machen. Okay, warte mal. Okay, jetzt äh, ja. Ach, muss doch was noch vorne machen. Ach, muss doch was noch vorne machen. Und eher. HP 2. Okay. Okay. Ich möchte auch mal leveln. Ich hoffe, der hat sich 26 gemacht. Äh, ne. Okay. Sie sollen ja aufhören immer was zu spawnen. Wenn gut ist, dann würde er auch weniger lenken. Wenn gut ist, dann würde er auch weniger lenken. Äh, ey, ey, ey. Ich beschwinge einfach mal. Ich habe ein Alter, das schlopfen, aber ja gekriegt. Jo. Oh. Oh. Oh man. So was noch mit dem hier schönes. Ja, das sieht nach pressed aus. Immer pressed so viele pressed dann sind. etwa alle quest sammeln bevor und dann muss ich dann also es wird jetzt noch nicht so lang gehen aber wir müssen die ersten eindrücke ist aber sehr nice aus dass du gestern nach dem lagen geben ich glaube ich habe es sind abkürzen mit reinstehen ein zudem wachs ok was Skill, Auto, Manual. Und File, Red List. Hä? Best Info. Ach, 11. Achso, okay. Ähm, ja. Ich muss mich ein bisschen überlegen. Ach, da. Ach, das meinten die. Reine Güte. Das ist... Das ist... Das ist... Okay. Danke. Ganz normal. Vielen Dank. Jetzt glaube ich muss nur irgendeine... Hallo. Wer bist du denn? Ja. Oh. Aber warum keine Musik? Mit Radlod Show. Principle. Okay. Warum singt ihr nicht? Du, singen. Zwei Kästern aufeinander. Das ist so. Twilight from Reds. Collect zwei Flowers in die Fels. Friend, Father, Anne. Okay. Okay. Is there something wrong? I can't around. Ja. Kann ich auch machen. Card Master. Oh! Karten System gibt's hier. Ja. It's good for you to have come. 24 Go. Ich hab nicht so viel, glaub ich. Wie hab ich denn eigentlich? 24. Ja. Ich möchte eigentlich meinen Gegner besiegen. Gegner, Gegner. Ich bin ein Tief. Ich muss drüber laufen. Ja. Ja. Oh, komm. Ah, nicht miss. Störb doch einfach. Ja, komm, komm. Target ist der. Was hat er denn gelootet? Ach, komm. Loot mal. Ja. Wunderbar. Ach, ich bin stark. Ein Auto war für die Lebensgeneration. Ja, ist schön. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, guck mal was. Ja, komm. ja ich muss nur gucken ich muss wirklich mal gucken wo alles hier ist mal sollte jetzt kraftfragten also für leute die geld ausgeben wollen ja ich hoffe es hat so ein bisschen gefallen man kann das jetzt über sieben jetzt spielen und das ist wunderbar auch und bei mir funktioniert sie normal ist also nicht trotzdem mit erklärung und ich habe das alles nachgemacht und habe keine ahnung warum und hier sieht sich vielleicht irgendwann mal wieder vielleicht morgen übermorgen weniger hier lust ist und ja bis dahin